Wir haben hier einen Hibiskus mit starkem Unkrautbefall, das werden wir alles das Berggräut entfernen am 24.05.2022. Das ist zwar schön, aber leider Gottes haben wir jetzt sehr viel Preise. Die Wohnen entfernen das Ganze, was auch immer das ist. Und haben das in den Jumel für die nachwachsen. Mal die Oberfläche noch ein bisschen. Auf und da. Und geschafft. Hibiskus syriacus.